Herzlich Willkommen zu unserem Best-Off 2021. Ein Jahr ist vergangen und wieder haben wir viele Maschinen vor die Kamera bekommen. Ob groß oder klein, es war von allen etwas dabei. Ein paar Highlights waren für uns zum Beispiel das Grashäckseln im Frühling, aber auch der Pellet Follihunter, Krone Premus von der Firma Steinwendner und die vielen Mähdrescher gehören definitiv dazu. Aber das seht ihr alles zusammen gefasst im Video. Wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.